Centec ist ein Dienstleister im Entsorgungsbereich. Wir organisieren für bundesweit tätige Unternehmen die Entsorgung an all ihren Filialen, Werkstätten oder Baustellen, die sie gerade in Deutschland betreiben. Wir betreiben einen Webshop mit entsorgung.de und wir haben vor kurzem EMTO, einen Marktplatz für die digitale Abfallwirtschaft, gelauncht. Wir haben ganz viele mittelständische, familiengeführte Unternehmen mit alten Traditionen, wo wir noch mit Fax arbeiten und wo wir ganz viel mit Papier arbeiten, also sie sehen Medienbrüche. Das muss alles modernisiert werden, damit wir abfallrechtliche Vorgaben und den Gedanken des Kunden an einen höheren Service und an Schnelligkeit erfüllen können. Viele Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus. Die Vertriebler und die Einkäufer sind ohnehin in ganz Deutschland unterwegs. Die brauchen immer ganz schnellen Zugang zu den Daten, die hier im Hause liegen. Das zweite ist, dass unsere Dienstleister, die Entsorger, mehrere hundert in ganz Deutschland, immer schnell über die Aufträge verfügen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Und das Wichtigste ist natürlich für unsere Kunden, dass sie immer zeitnah erfahren, wann hat welche Entsorgung in Deutschland stattgefunden und was ist aus ihren Wertstoffen geworden. Zum einen, dass wir ganz schnelles Internet haben für unsere Mitarbeiter, für unsere Dienstleister, aber vor allen Dingen für unsere Kunden, die einfach von uns erwarten, dass wir ganz schnell ihre Aufträge erledigen und als erledigt auch zurückmelden. Zum anderen erwarte ich aber auch moderne Lösungen im Bereich der Speicherung von Daten. Da sind die Themen Datensicherheit und Datenverfügbarkeit natürlich ganz wesentlich. Wir haben uns für NETCologne entschieden, weil wir mit einem mittelständischen Partner auf Augenhöhe arbeiten wollten. Dazu kommt die regionale Verbundenheit zu Köln und schlussendlich natürlich die Qualität der Services und was ganz wichtig am Ende des Tages ist, sind natürlich auch die Konditionen.